Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Die ist tot. Ertrunken. Bei Morgenschen. Mein Beileid. Eure Mutter vermacht euch zu gleichen Teilen ihren gesamten Besitz, wenn ihr beiden gemeinsam das Fitnessstudio weiterführt. Wenn du hochkommst, verpasse ich dir einen Dammriss. Wow. No Bullshit. Wir sind echt stolz, dass wir die Chefs von so einer tollen Truppe sind. Du bist nicht mein Chef. Wäre beeindruckender gewesen, wenn es kaputt gegangen wäre. Pumpen, 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 Pumpen. Ein Jahr und dann sehen wir weiter. Das nennt sich Lach-Yoga. Ihr Beile? Macht eine Runde Armrücken. Ich will ihnen doch nicht wehtun. Wow. Pumpen. Die neue Dramedy. Was bildest du dir eigentlich ein? Du fette Sau. Du bist gefeuert. Wir finden eine bessere Trainerin. Bis heute Nachmittag? Ja. Wir müssen unbedingt einspannen. Sonst können wir nächste Woche dicht machen. Vor meinem ersten Kaffee gibt's hier keine Katastrophen, okay? Kannst du mich mal anklopfen? Sorry, wusste nicht, dass du schon wieder nichts tust. Und jetzt... Pumpen. Und jetzt...